Ja, einen schönen guten Tag. Sie dürften festgestellt haben, dass die Vorlesung heute nicht stattfindet. Und es wird auch keinen entsprechenden Livestream geben. Und ich muss das Thema politisches Lied und programmatische Rede verschieben. Da ich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus bin, ist es nichts Dramatisches. Meine Tochter ist von der Schaukel gefallen und man prüft jetzt im Moment, wie es ihr geht. Nichtsdestotrotz ärgert es mich sehr. Ich weiß nicht, wie lange darauf hingearbeitet, dass ich in einer Veranstaltung wie dieser etwas zum politischen Lied machen kann. Und parallel ein feste Burg ist unser Gott von Luther und die Internationale behandeln kann vor Pfingsten. Es hat nicht sollen sein. Jetzt muss ich leider darauf warten und zwar insgesamt 14 Tage. Denn nach dem Pfingstfest ist in Dresden traditionell eine Woche frei, sodass wir das Thema auf die Vorlesung in 14 Tagen verschieben müssen. Die Präsentation allerdings ist schon online. Wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig hinein. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns dann nach dem Pfingstfest und der Pfingstpause in Dresden in 14 Tagen wieder. Bis dahin lassen Sie es bitte gut gehen und hoffentlich auf bald.